. Steffen Kölner und sein schwierigster Kampf bei der Bayerischen. Der Kampf mit der Materie, mit der Technik. Wenn ich nicht nur Techniker wäre. Das Einführen. Bin ich ein wenig damit? Warte mal, jetzt hab ich's dran. Jetzt hab ich's dran. So dann? Da musst du nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Ja, natürlich.